Hallo zusammen, hier ist Wiedeutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Esrod unterwegs. Und zwar kommen wir heute zum dritten Teil von meinem 8.1.5 Kampfgilden-Guide. Und zwar hatte ich ja jetzt schon den ersten Teil mit Rang 1 und 2 gemacht, beziehungsweise den zweiten Teil mit Rang 3 und 4. Wenn ihr die noch braucht, dann schaut da bitte rein. Heute geht es jetzt um Rang 5 und 6, also sprich schon die späteren Ränge. Und wir fangen an mit dem ersten Boss im Rang Nummer 5 und zwar Meatball heißt der. Und den kennen wir schon, hier den Hogger-Vorschnitt aus der Legion Season, beziehungsweise ich glaube davor auch schon. Und bei dem ist es einfach so, dass er hier uns mit den Melee-Hits Damage verursacht und er hat relativ viel Leben. Ich glaube irgendwie um die 4 Mille, fast 5 Mille rum. Und das können wir nur runterhauen, indem wir uns einen Damage-Buff hochstecken. Und zwar sind es diese kleinen Bubble, die überall rumlaufen. Umso mehr Stacks ihr habt, umso mehr Schaden verursacht ihr. Heißt, ihr braucht keine Angst haben vor dem großen Life-Pool. Ihr müsst einfach nur wie so ein Blöde die ganze Zeit durch diese Bubble durchlaufen. Und am besten irgendwelche Fähigkeiten spammen, also E-Fähigkeiten, die ihr um euch rum spammen könnt. Da ist der Druid-Tank relativ dankbar. Und ihr seht, am Ende haut man richtig Damage raus. Und man muss ihn sogar gar nicht ganz bis 0 Life runterhauen, weil er vorher explodiert und man hat da noch so einen kleinen Gnomen drin. Ja, mehr ist es nicht. Sehr, sehr einfacher Kampf. Kann man easy aufs erste Mal umnatzen. So, der nächste Kampf ist Melee-Watt. Und zwar ist das hier diese kleine Gnomin. Und die kann eigentlich auch nicht sonderlich viel. Ihr seht, die legt hier so eine Voidzone ab. Wenn ihr drin steht, kriegt ihr ein bisschen Damage. Ist nicht sonderlich schlimm. Dann hat sie noch einen Cast, den man interrupten kann, der euch relativ viel Schaden verursacht. Deswegen schaut, dass ihr am besten ihn interruptet. Dann hat sie diesen Channel hier. Den müsst ihr einfach fressen. Und jetzt haben wir dieses CC-Hühnchen-Effekt-Ding. Und bei dem müsst ihr unbedingt, unbedingt in die Voidzone reinlaufen. Was passiert? Ihr werdet nämlich für 15 Sekunden dann desorientiert. Und sie castet trotzdem auf euch weiter. Und ihr werdet dann hier den Enrage-Timer nicht schaffen, der ja mal 2 Minuten ist. Heißt, kurz bevor der Cast durch ist, einmal in die Voidzone rein. Und dann seid ihr instant raus. Mehr ist es nicht. Sonst interrupten. Und ja, dann einfach nur den Boss runter-DP-essen. Hier sollte man schon ein bisschen mehr Schaden haben. Bei mir war es dann relativ knapp als Tank. Also da müsst ihr ein bisschen gucken. Dann kommen wir zum dritten Boss im fünften Rang. Und zwar zu Titan-Dustress. Und hier haben wir drei Mobs, die relevant für uns sind. Einmal der Nager-Boss. Dann haben wir einen Tortolaner, der mit uns verbündet ist und uns hilft. Aber nur so lang, wie wir sein kleines Kind beschützen. Und zwar ist das ein weiterer Tortolaner, der so ein kleiner, der hier hinten ist. Fahren wir mal drüber. Genau, da seht ihr ihn. Den können wir nämlich anklicken. Die Mistress, die haut hier verschiedene Effekte auf den Boden. Mal so kleine Feuerchen, dann mal so ein Strahl. Und wir müssen gucken, dass der kleine Tortolaner da nicht reinläuft. Läuft er nämlich da rein, geht unser Tortolaner in Enrage und greift uns an. Das wollen wir nicht. Erstmal macht er relativ gut Schaden auf die Nagatusse. Und zum anderen, wenn der uns angriff, haut er einen Haufen Damage auf uns drauf. Deswegen immer wieder packen und von dem ganzen Zeug weghalten. Ja, man kann sie quasi interrupten. Am besten sollte man das bei den Special Casts machen und nicht bei dem Frostblitz, weil der Frostblitz eigentlich auf hier unseren Tortolaner geht. So, jetzt habe ich es an der Stelle verkackt. Ja, der kleine Tortolaner wurde von was getroffen. Der große geht in Enrage, greift uns an und der haut tatsächlich ziemlich zu. Ich muss hier sogar Tank-CDs und alle schmeißen, um das gegen zu tanken. Man kann es aber noch reißen. Einfach alle CD-Stunts ziehen, sobald das passiert und auf die Nagatusse durchziehen. Man muss hier nicht den Tortolaner töten. Also sprich, wenn sie stirbt, dann haben wir gewonnen. Auch wenn wir das mit dem kleinen Tortolaner verkackt haben, ist das überhaupt kein Problem. Dann kommen wir jetzt zum vierten und letzten Kampf im fünften Rang. Und zwar Mygnus Dick heißt er. Und das ist dieser kleine Zwerg. Der hat ein Immunschild, bis wir die vier Statuen außenrum zerstört haben. Wie funktioniert das? Die schießen jede Sekunde uns zwei Stacks, zwei Debuff-Stacks drauf und die verursachen Schaden. Immer mehr Damage. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, alle CDs zu ziehen, die ersten beiden auf der Seite zu töten. Jetzt muss ich auch alle Dev-CDs hier ziehen, weil ich teilweise so viele Stacks habe, dass das richtig reinhaut. Selbst als gut-equipter Tank. Und dann laufe ich zwischen den anderen beiden Statuen hin und her. Denn der Stack von der jeweiligen Statue, wo er dran steht, läuft immer aus. Die macht nämlich nichts mehr. Heißt, wenn ihr jemand seid, der viel Schaden kriegt, dann müsst ihr ständig im Kreis laufen und alle möglichen Statuen einmal deaktivieren, bis der Stack ausgelaufen ist. Das dauert ein, zwei Sekunden. Und dann zunächst weiter, dass kein Stack auf euch großartig hochstackt. Ich als Tank kann es so machen, beziehungsweise wenn ihr sehr viel Burst habt, könnt ihr zwei am Anfang gleich wegmuken. Und dann müsst ihr nur zwischen zwei hin und her laufen. Sonst habt ihr halt das Problem, dass ihr ständig nur am Laufen seid, um die Stacks möglichst gering zu halten. Wenn ihr die ganzen Statuen dann getötet habt, geht es dann bloß noch gegen den Zwerg. Der kann nichts Großartiges. Also der macht einfach nur Autohits, hat ein bisschen Leben, müsste runterhauen. Ihr müsst am besten eure kompletten Damage-CDs ganz am Anfang ziehen und eure Dev-CDs dann bei der zweiten Statue, wenn die Stacks am höchsten sind. Mehr ist es nicht. Dann kommen wir zum Nible. Das ist im Rang 6 der erste Boss. Und zwar ist diese Schlange. Die habe ich blöderweise nicht aufgenommen. Nicht will. Ich kann es euch kurz erklären. Die macht eigentlich nur einen Autohit und eine Giftlache hinter sich. Ich habe gesehen, der DK kitet die die ganze Zeit. Wenn die in ihrer Giftlache stehen bleibt, kriegt die einen Debuff. Und damit verursacht sie mehr Schaden und bekommt weniger Schaden. Das deckt hoch und ist so schnell oben, dass sie gar kein Damage mehr kriegt, dass man quasi den Boss nicht mehr spielen kann. Heißt, man tut sie die ganze Zeit einfach im Viereck bzw. im Kreiskalten und haut sie einfach weg. Mehr ist es nicht. Der Kampf ist relativ easy. Man darf bloß nicht stehen bleiben mit ihr. Das ist das ganze Geheimnis. Dann jetzt hier Stitches, der zweite Boss im sechsten Rang. Bei ihm ist es so, dass er größtenteils eigentlich auch nur diese Mili-Attacks macht und aber unter sich diese Pfütze hat, die mit ihm mitwandert. Wenn ihr in der Pfütze steht, kriegt ihr alle paar Sekunden den Stack nach oben und bekommt damit mehr Schaden. Bei 10 Stacks hat ihr Instantot. Normalerweise ist es so gedacht, dass man dann immer kurz aus der Größe rausläuft und wieder ranläuft. Beziehungsweise ranlaufen muss man gar nicht, weil der Boss einen zurückzieht und dann bekommt man auch einen Debuff, dass man 10% weniger Movement Speed hat. Das stackt auch. Bei 10 Stacks hat man 100% weniger Movement Speed und kommt nicht mehr raus. Deswegen hat man auch nochmal einen zweiten Enrage-Timer. Komischerweise, als ich das hier gespielt habe, immer wenn ich meine Ehefähigkeit benutzt habe, ist mein Stack abgelaufen. Also ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Es hat vielleicht rumgepackt oder ich habe die Mechanik vielleicht auch nicht ganz verstanden, aber ich konnte hier einfach gegen ihn durchtunneln. Ich habe aber hier so einen Hexer beobachtet, der das ständig gespielt hat und versucht hat, immer wieder rauszulaufen und seinen Movement Speed Stack quasi auf 10 bekommen hat. Naja, ganz komisch. Am Schluss habe ich jetzt auch nochmal probiert, ihn wegzukicken, um einfach zu gucken, ob man das machen kann, um euch da vielleicht so ein bisschen eine Hilfestellung zu bieten. Und ja, ihr seht, man kann ihn wegkicken, man kann ihn auch zu 10, um dementsprechend dann den Stack zu resetten. Also das funktioniert, wenn es bei euch nicht bangen sollte wie bei mir, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Dann kommen wir zum dritten Boss im Rang 6 und zwar zu Rob, Robert, Robert. Und bei dem ist es so, dass der verdammt viel Leben hat. Und der ist ganz gut gekleidet und der wirkt hier verschiedene Casts. Einmal diese komischen Wirbelstürme und da muss man ihn durchkeiten, da muss man ihn quasi reinziehen und dann ist es so, dass er mal ein Kleidungsstück verliert. Die wirkt er relativ häufig und kurz danach macht er immer seinen Stunnschlag. Den sollte man vielleicht am besten unterbrechen. Ich habe ihn jetzt hier nicht unterbrochen, sondern bin immer hinter die Wirbelstürme gelaufen. Ihr braucht am Anfang auch noch nicht großartig Schaden auf ihn verursachen. Ihr müsst einfach nur gucken, dass er ständig durch diese Wirbelstürme durchläuft. Und ihr seht, so langsam verliert er eine Schicht nach der anderen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Wirbelstürme es waren, aber ich kann mir so, es waren bestimmt über 10, die man ihn durchziehen muss. Und es wird am Ende auch relativ knapp dann mit dem Enrage. Also versucht gar nicht großartig am Anfang drauf zu DPSen, denn sobald er alle seine Klamotten verloren hat, bekommt er einen D-Muff und bekommt 1000% mehr Damage. Heißt, alles was ihr jetzt am Anfang macht, ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein und eigentlich irrelevant. Ja, also von dem her braucht ihr jetzt nicht gucken. Ich glaube, am Ende hatte ich noch um die 30 Sekunden, um ihn dann schlussendlich runter zu DPSen. Also nicht mehr sonderlich viel. Ihr seht ja jetzt, er hat bloß noch ein Höschen an und da bekommt er dann auch sein D-Buff, wird gefiert. Ich ziehe hier meinen HT-Pod und meine CDs, habe jetzt noch ein bisschen mehr als 20 Sekunden. Das reicht aber, um ihn weg zu DPSen. Also da nicht in Panik verfahren und versuchen vorher drauf zu hauen, das bringt nichts. Ihr könnt das locker in 20 Sekunden dann unterhauen. Da solltet ihr aber auf jeden Fall dann in den Sand kicken, weil wenn ihr dann 3 Sekunden rausgenommen werdet, naja, kann es schon sehr, sehr eng werden. Also da ein bisschen gucken. Dann kommen wir zu Mecha-Bruce. Das ist der 4. Boss im Rang 6 und meiner Meinung nach der schwierigste Boss in der aktuellen Kampfgilde. Er kann eigentlich tendenziell das gleiche wie der normale Bruce. Also sprich, hat er quasi seinen Frontal Cleave, aus dem ihr auf jeden Fall rauslaufen müsst, weil er haut extrem Schaden raus. Zusätzlich hat er aber noch andere Fähigkeiten. Hier seht ihr gerade den Frontal Cleave. Er hat auch noch eine Fähigkeit, dass er immer mehr Tempo bekommt. Ihr seht ja hier die Fähigkeit mit dem Schraubenschlüssel. Er wird zwar kurz, ja, ist er kurz selber gestunt, macht nichts, aber kriegt mehr Tempo durch die Fähigkeiten. Und es deckt immer weiter hoch. Und danach macht er immer die Fähigkeit, dass er einen anvisiert und dass man gestunt wird. Und dann kommt gleich nach dem Stun wieder sein Frontal Cleave. Das sind eigentlich die 3 Fähigkeiten. Nicht sonderlich kompliziert, aber es kann halt relativ ätzend werden, wenn man nicht weit genug weg ist. Ich habe ihn jetzt hier nämlich ganz in die Ecke gezogen. Denn jetzt macht er wieder seinen Tempo-Buff und danach gleich den Stunt. Und wenn wir hier ganz in die Ecke laufen, läuft der halbe Stunt schon aus, während er ranläuft. Und er macht nämlich direkt hier wieder seinen Frontal Cleave. Wenn wir das nicht machen, sind wir einfach im Cleave gestunt und sterben. Deswegen stehen wir jetzt hier in der anderen Ecke, kämpfen wieder ganz normal gegen ihn, macht wieder seinen Frontal Cleave. Und jetzt wieder hier Schraubenschlüssel, Speedfähigkeit. Ich nutze diesmal den Katzenspeed auf die andere Seite. Wir betäubten, er ist jetzt noch ein bisschen schneller, castet hier sein Shit schon wieder und einmal rausgelaufen. So, jetzt habe ich keine Speed-CDs mehr und das nächste werde ich zum Teil auf jeden Fall fressen, weil ich auch nicht rechtzeitig wegkomme. Wir haben nochmal hier einmal unseren Cleave und jetzt kommt Speed-Schraubenschlüssel. Jetzt müssen wir gleich schon mal weg, weil es halt nur eine Sekunde dauert, wo er es durchcastet. Wir kriegen den Stun und jetzt werden wir im Stun auch schon attackt. Und ihr seht, ich habe alle CDs gezogen, die ich habe. Wall und Bugskin sind fast 70% Damage Reduction und ich bin trotzdem fast totgetackt. Also dahingehend müsst ihr gucken, wenn ihr eine Stoffklasse seid, ein Mage könnt ihr zum Beispiel blocken oder andere Geschichten machen. Also da müsst ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr wegkommt. Zudem hat er relativ viel Life und dementsprechend müsst ihr halt irgendwo schauen, dass ihr auch den Damage bringt, obwohl ihr halt immer am Weglaufen seid. War für mich, wie gesagt, der schwerste Kampf hier in der Kampfgilde, aber auch den habe ich geschafft als Tank. War zwar knapp, da solltet ihr auf jeden Fall Trommeln haben, also HT. Okay, Flast drin haben, Buffhut. Dings kann ich auch empfehlen, sich nochmal extra Buffs zu holen. Ich habe mir zum Beispiel diese Rollen für Angriffsstärke geholt, weil ich bei dem immer knapp gevibt bin. Also das sind so die Tipps bei den schwereren Bossen. Kann man sich da schon mal ein bisschen mit Sachen supporten. Oder man lädt hier Leute in die Gruppen ein und bufft sich gegenseitig. Ist, denke ich mal, auch eine sinnvolle Sache. Gut, das war es soweit mit dem dritten Teil. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim letzten wieder und dann dementsprechend für den Rang Nummer 7. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.